Eins. Start. Die Aussage ist bewusst provokant. Wegen anderen Aussagen, aber passt schon. Konzentriert euch. Tont in 3, 2, 1, Tont. Noch ein Adam mit mir? Mortal Minds. So easily manipulated. Mortal Minds. So easily manipulated. Ich finde sie noch flas. It's a crit. Switch, oder was? Nee. Könnte noch laufen. Okay, es ist vorbei. Tont in 3, 2, 1. Mortal Minds. So easily manipulated. Oni auf 5. Mortal Minds. So easily manipulated. Nuken 2% off. Mortal Minds. So easily manipulated. Da kommt er. Mortal Minds. So easily manipulated. Tont 5. Steht. Mortal Minds. So easily manipulated. Oh oh oh. Oni auch. Mach nichts mehr drauf. Gleich switchen dann. Achtung. Hetz gut auf Oni. Nuken 2%. So easily manipulated. Damage stop auf Neff. Noch nicht auf Oni. Und auf Oni auch noch nichts machen. Schon low. Go. Go, go, go. Knapp, aber gut. Must be met with extreme force. Light with anklick. Oh, go. Er drückt die Light with unheil. Np, ich pump. Ich bin hier falsch gelaufen. Orange Gas geben. Ist eigentlich die mit den Neuen. Light with anklick bei mir. Ich bin hier falsch gelaufen. Wird die Phase jetzt doppelt. Viel Damage hier. Konzentration bitte. Kaelin raus. Das ist mal ein bisschen warten, ne, Kaelin? Backup. Den nächsten Backup. Wohl passt. Wohl passt. Bei uns auch. Passt, oder? Langsamer. Ja. Orange 30. Backup gleich. Ich mach den nächsten. Hört komplett auf. Hört komplett auf. Sind 13? Dann go. Kmissi, du kriegst viel Damage gleich. Oh Gott. Summon für SMC. Summon für SMC. Pite 5? Du kannst Regu auf mich, Mugi und Arion, ne? Wobei Mugi braucht glaube ich ja auf mich zumindest. Weil man tot? Nein, konzentriert euch. Okay. Ich denke an Pots beim MC. Drehen. Nuke. Steht neu leid. Mortal Minds so easily manipuliert. M-C aufpassen. Reset it. Walu, ich brauch n' Rätschüge immer, ne? Ja, es ist halt teuer. Also ich brauch keins. Ne, die Palas müssen nämlich... Na, ich schau halt auf Ava und Duschi, dann kriegst du. Denkt ans Drehen, Wink. Achtung, ich hab vor dem Zeht. Du fließt ganz hierhin. Ja, ja, ja. Ich versuchte dich jetzt konzentriert, du. Ich versuchte dich. Ich verkeh dich jetzt konzentriert, ey. Nuke. Ich habe gerade gebubbelt und die Opferung gegeben, so vielleicht beim nächsten Tank kill, tank Jo mach ich beim nächsten Mal ins Gras wird Obwohl ich hab keine Bubble ready, grad Him of Hope, Shadow Noob gleich Ich geh um Ich mach Tank kill, tank Noob, Electrocute Flashturns to Ash Pillar mach mal die beiden Hümmen an Flashturns to Ash Im nächsten AE ziemlich Guardian und Raid Siki dann nach dem nächsten AE Achtung Pillar Ich hab Pliops Zwei Nukes noch Mortal Minds, so easily manipulated Tide 5 Nuke Danach Hellstones Ich trank Ich krieg den Raid hoch Tide steh Benni wenn du noch Benni dein GS Mach die beiden nirgenden Teilweise resettet Tank kill, tank kill Bitte nicht wieder jetzt alle anfangen zu reden Bleiben wir Armys ziehen Komm in den Raid Nein, noch nicht Ich hab Combustion Ich hab Combustion Ich hab weggekickt Passt auf wegen Feuern Ich hab weggekickt Passt auf wegen Feuern Ich hab mein Instant-Fülles Raid Come on Wir sind so geil Wir sind so geil Null Rien Endlich fertig Komm, komm, komm Wir sind so geil Null Rien Null Rien Null Rien